UNTERTITELUNG Wenn dein altes Leben hinter dir zurückbleibt, ist der Moment gekommen, der Ewigkeit ins Gesicht zu schauen und sich die Frage zu stellen, ob das dein Ende ist oder nur ein Moment auf dem Weg in ein neues Leben. Die Entscheidung in zwei Wochen. Verbotene Liebe. 18 Uhr im Ersten.